Oh, zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht, aber... Oh Gott, ich erschieße mich. Oh, hör zu, ich war gerade auf dem Weg hier... Hey, 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 wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Die Jugend hat dich vom Töten nicht abgehalten. Hey, ich hab einen Rabatt verdient. Woolworth ist pleite. Kann ich betteln? Stirb gefälligst aufrecht. Ey Mann, ein paar Tage in Vegas sind doch drin. Du hast so viele Quiz-Shoes gesehen, die sind auch pleite. Kommt jetzt für immer. Kommt jetzt für dich. Nee, ein paar Tage in Vegas ist. Kommt jetzt wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.